Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich verrate dir in dem Video hier 5 coole Drumhacks, die dir dabei helfen sollen, besser mit deinem Schlagzeug zurecht zu kommen, die ich über die Jahre dazugelernt habe oder mir abgeschaut habe von anderen Drummern, die mir wirklich dabei helfen, effizienter am Schlagzeug zu sein. Als ersten Drumhack würde ich dir empfehlen, wenn du neue Sticks kaufst, die Sticks unten zu markieren mit einem Filzstift. Und zwar bekommst du die Sticks ja normalerweise als Paar, wenn du die kaufst, idealerweise. Und was ich als erstes mache, wenn ich die kaufe, markiere ich die mit einem Filzstift unten, mit einem X zum Beispiel. Oder mit einem Kreis oder einem anderen Symbol. Das habe ich das erste Mal bei Benny Grip gesehen und dachte mir auch so, wieso macht der das eigentlich? Und das hat einen ganz einfachen Grund natürlich, dass die vom Hersteller her so zusammengepackt werden, dass die vom Gewicht zusammenpassen. Und wenn ich jetzt in meiner Sticktasche 10, 20 Sticks habe, dann weiß ich nicht mehr am Ende, wenn ich die Verpackung hier abmache, welche Sticks zusammengehören. Und da kann ich immer oben drauf schauen, ah ja, Kreis und Kreis, X und X und dann weiß ich ganz genau, welcher Stick zu welchem anderen Stick gehört. Ich habe das schon mal gesehen oder beobachtet bei einem Musikladen. Das ging so weit, dass ein Schlagzeuger sogar so ein Paar hier auf die Waage gelegt hat und geschaut, dass auf dem Gramm genau die Sticks zusammenpassen. So extrem bin ich jetzt nicht, aber dieser kleine Hack hilft mir dabei, dass zumindest, wie der Hersteller gewollt, diese zwei Sticks wieder zusammenkommen. Als Hack Nummer 2 habe ich dir so ein bisschen was mitgebracht, was ich aus Effizienzgründen mir ausgedacht habe. Und zwar, wie ich die Höhe von meinem Drumhocker messen kann, ohne einen Meter zum Beispiel dabei zu haben. Früher war ich sehr viel mit einer Band unterwegs und habe ich auch viel auf anderen Drumsets gespielt, also nicht auf meinen eigenen und habe meinen Drumhocker zum Beispiel nicht dabei gehabt. Und ich will natürlich immer von der Ergonomie und auch vom Aufbau das Gleiche haben, was ich im Proberaum habe. Das habe ich für über Stunden eingestellt und weiß ganz genau, so gefällt mir das Ganze. Und gerade wenn du live viel unterwegs bist und mal irgendwo ein Schlagzeug hast, was vielleicht nicht so qualitativ hochwertig ist wie deins, willst du zumindest, dass der Aufbau ähnlich ist, wie der Aufbau, den du zu Hause im Proberaum hast. Und dann nehme ich ganz einfach nicht ein Maßband mit oder einen Meter, weil ich will eigentlich nichts mehr mitschleppen, wenn ich unterwegs bin, sondern meinen Stick, den lege ich auf den Boden. Und in meinem Fall weiß ich, dass ich vier Finger brauche und dann geht mein Drumhocker los. Da weiß ich ungefähr immer, welche Höhe mein Drumhocker haben soll. Und das finde ich perfekt, weil am Anfang war das so, ich habe dann den Drumhocker auf gut Gefühl eingestellt und habe gedacht, okay, das passt alles. Und dann im ersten oder zweiten Song merke ich, oje, oje, ich sitze viel zu niedrig. Also ich erreiche die Snaya nicht richtig und so weiter und muss dann nochmal nachjustieren. Und so kann ich mir sicher sein, nee, das ist genau wie zu Hause, die Höhe passt. Als Hack Nummer drei habe ich auch wieder was aus effizienten Gründen mir überlegt. Und zwar, das siehst du hier schon, ich habe meine zwei Splashbecken umgedreht auf meine Crashbecken platziert. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum ich das Ganze eigentlich mache. Weil vom Sound her macht es eigentlich keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Und da das vom Sound her keinen Unterschied macht, muss ich jetzt nicht nochmal extra einen Beckenständer mitschleppen, wenn ich irgendwo bin, ja, sondern es reicht wirklich, wenn ich meine zwei Crashbeckenstände dabei habe und überhalb einfach umgedreht, ja, also normal habe ich mein Splashbecken so montiert, auf einer Multiklammer zum Beispiel, an der Hyatt oder auf einem extra Beckenständer, ja. Aber ich habe in dem Fall einfach nur einen Filz genommen, auf mein Crashbecken gelegt, Splashbecken umgedreht, drauf platziert, wieder einen Filz genommen und dann mit der Klammer das Ganze befestigt. Achte darauf, dass du natürlich das Splashbecken nicht das andere Becken berührst, ja, dass das freispiegeln kann und so spare ich mir eine Multiklammer mitzuschleppen, die irgendwie, wenn du schon mal eine Multiklammer probiert hast zu montieren, auf einer Hyatt, das ist sehr, sehr nervig, ja, und dauert ein bisschen, da spare ich mir komplett und kann einfach ganz normal meine Beckenständer hernehmen, die ich eh schon dabei habe, ja. Ich spare mir ein bisschen was mitzuschleppen und beim Aufbau spare ich mir dann auch extrem Zeit, ja. Und da geht es jetzt auch im Endeffekt darum, dass ich effizienter bin beim Aufbau und genau weiß, ob es da, wenn das Splashbecken von der Ausrichtung passt, mein Splashbecken passt dann auf alle Fälle auch. Als kleiner Hack Nummer 4 habe ich mitgebracht, dass man immer wieder aus seinen alten Teilen ein neues Instrument kreieren kann, ja. Ich habe zum Beispiel manchmal eine Trashhead dabei, die habe ich mir tatsächlich aus zwei alten Becken gebaut, ja. Mit der Zeit ist mir schon länger nicht mehr passiert, aber meine alten Becken zum Beispiel sind irgendwann gerissen, ja. Und dann habe ich sie aussortiert und mir ein neues Becken gekauft und dann waren sie einfach nur noch in die Ecke gelegen. Bis ich irgendwann mir gedacht habe, eigentlich klangen die Becken schon ganz cool, vielleicht nicht mehr als Crashbecken, aber wenn ich dann zwei kaputte Becken übereinander lege, habe ich so ein schönes, trashiges Hi-Hat, was ich als zweite Hi-Hat verwenden kann, ja. Das klingt richtig cool, zum Beispiel so. Und als kleines i-Tüpfelchen kannst du zum Beispiel auch Percussion-Elemente hernehmen und die noch oben drauf platzieren. Dann klingt das Ganze noch ein bisschen verwaschener und ein bisschen rotziger. Und das ist ein bisschen Upcycling, ja, wenn du deine alten Crashbecken, die vielleicht in der Ecke liegen und verstauben, nochmal zum Leben erwächst, ja, und für eine Trash-Hat zum Beispiel verwendest. In dem Fall klingen die sogar richtig, richtig cool, finde ich. Und besser, als wenn das Zeug einfach nur rumliegt. Als letzten Hack, als Hack Nummer 5, habe ich mitgebracht, dass man aus dem alten Snare-Fell so ein Dämpfring hier ausschneiden kann. Meiner ist relativ unsauber, ja, aber du kannst mit einem Teller zum Beispiel das Ganze mit einem Cuttermesser sauber ausschneiden. Das gibt es auch zu kaufen, diese Snare-Dämpfringe oder allgemein diese Dämpfringe. Und die verwende ich in meinem Fall jetzt dafür, dass ich die Standtäume noch ein bisschen tiefer bekomme, weil ich will die eigentlich so nah wie möglich an meine Bassdrum stimmen, ja. Und wenn ich da oben drauf noch diesen Dämpfring lege, dann klingt die nochmal viel tiefer. Ich zeige dir mal, wie das Ganze ohne Dämpfring klingt. Und wenn ich jetzt diesen Dämpfring oben drauf platziere, klingt er meiner Meinung nach noch ein bisschen fetter, nochmal tiefer, ja. Und ich habe auch nicht dieses lange Nachklingen von der Standtom. Das ist auch wieder ein bisschen Upcycling, ja, aus einem alten Snare-Fell habe ich dann so einen Dämpfring gebastelt und den habe ich immer dabei. Du kannst das Ganze auch auf den anderen Toms verwenden, wenn die zum Beispiel dir ein bisschen zu hoch klingen noch oder die so einen ekligen Nachhall haben. Oder natürlich auch auf der Snare, ja, kann man auch dafür verwenden. Habe ich eigentlich immer bei mir in meiner Tom-Tasche in dem Fall dabei, damit ich da ein bisschen den Sound kontrollieren kann. Ja, das waren fünf Hacks, die ich dir heute zeigen wollte. Vielleicht hast du auch noch einen Hack, den ich nicht verraten habe oder vielleicht hast du dir selber einen überlegt. Schreib das gerne unterhalb in den Kommentaren, ja. Ich möchte auch ein bisschen was Neues lernen und vielleicht probiere ich da auch mal was aus demnächst, ja. Und das war es auch schon mit diesem Video hier. Schau gerne auf meine Webseite schlagzeug-lernen.de vorbei oder auf meinem Instagram-Kanal schlagzeug-lernen. Und wenn du wissen willst, wie ich meine Snare manchmal dämpfe, ja, also was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, schau dir gerne dieses Video hier an, okay. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und Erfolg und bis bald. Bis zum nächsten Mal.